Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Kurzarbeitergeld und Wirtschaftshilfen werden in dem Antrag der Linken einem Atemzug genannt. Es ist aber nicht das Gleiche. Beim Kurzarbeitergeld muss man da noch ein bisschen differenzierter hinschauen, weil es Beitragsmittel sind. Der Kollege Rützel hat das eben auch schon beschrieben. Es dient vor allem dazu, Arbeitslosigkeit zu verhindern. Das ist in dieser Krise auch gut gelungen. Aber es wird nicht nur das Kurzarbeitergeld ausgezahlt, sondern in dieser Krise sind auch die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber mit ausgezahlt. Das heißt, es ist natürlich auch eine Unterstützung der Wirtschaft. Deswegen müssen wir auch genau hinschauen, ob Missbrauch stattfindet. Missbrauch ist an der Stelle nicht akzeptabel. Es ist nicht akzeptabel, wenn Unternehmen ihre Arbeitszeit der Beschäftigten reduzieren, Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen, dann Überstunden machen lassen, sodass die Beschäftigten das Gleiche arbeiten und das Ganze noch vom Staat subventioniert wird. Das geht nicht. Es geht auch nicht, wenn als Arbeitszeitreduzierung Krankentage oder Urlaubstage verwendet werden. Auch das ist klarer Missbrauch. Das müssen wir verhindern. Es geht auch nicht, wenn das Kurzarbeitergeld dazu verwendet wird, um Boni und Dividenden zu erhöhen, wie das jetzt bei Daimler passiert ist. Auch da müssen wir klar sagen, das geht so nicht. Es gibt ja von den Linken noch einen zweiten Antrag zum Mindestkurzarbeitergeld. Das haben wir letzte Sitzungswoche in erster Lesung beraten. Er hat in der Anhörung diese Woche und im Ausschuss diskutiert. Ich würde Sie alle noch mal dringend bitten, stimmen Sie diesem Antrag zu, weil er ist wichtig. Es gibt viele Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen in dieser Krise, weil diese Kurzarbeit ist diesmal anders. Es gibt ganz viele Menschen, die gar nicht arbeiten oder ganz wenig arbeiten. Dann reicht das Kurzarbeitergeld, so wie es jetzt konstruiert ist, nicht aus. Da brauchen wir eine Lösung. Wenn dann SPD und Union Frau Schimke eben wieder auf das Arbeitslosengeld II verweist, dann ist das zwar formal richtig, dass die Kurzarbeitenden da Anspruch darauf haben, aber sie beziehen es nicht. Denn Hartz IV ist so gestrickt, dass es trotz der Erleichterung enorm abschreckend ist. Die Hürden sind immer noch zu hoch. Deswegen müssen wir da andere Lösungen überlegen. Das gilt ja nicht nur für die Kurzarbeitenden, sondern auch für die Künstlerinnen und Künstler, für die Soloselbstständigen. Auch da versagt ja die Bundesregierung. Aber bei den Kurzarbeitenden braucht es eine Lösung. Wir brauchen eine Lösung, die dafür sorgt, dass das Existenzminium abgesichert ist. Ich habe mich ja gefreut, dass in der Ausschussanhörung die Experten und Experten gesagt haben, dass der grüne Vorschlag, den wir letztes Jahr vorgelegt haben, eigentlich noch besser wäre. Das nützt den Menschen aber heute auch nichts. Der Vorschlag, den die Linken vorliegen, der auf einem Vorschlag von NGG und Verdi beruht, den wir Grünen auch mit unterstützt haben, ist ein guter. Stimmen Sie dem zu. Wenn Sie dem nicht zustimmen, wovon ich leider ausgehen muss, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Lösung schaffen für die Menschen, die kurz arbeiten und die zu wenig Geld haben, dass das Existenzminimum abgesichert ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort geht an Peter Aumer von der CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.